nur wir sind zwei weiß spawner nebeneinander bei zwei zombies spawner direkt nebeneinander jespa würde sie würde sie hier seine mob haben sehen ich sehe da nur schnell weg vor allem das krasse ich zwei spawner sind direkt an mein haus also teilweise echt zehn blöcke entfernt das ist ein dummer niklas was ich würde mich niemals dumm denn selbst wenn ich dumm wäre er würde dann sagen wird nur kluser kleine hast du bist cool denkst du das nach solchen worten explodiert er gleich langsam wäre es doch einfach vorteil echt bei eisen zu fahren ja dann wundere dich nicht dass du nichts hast am ende wundere ich mich ja auch nicht ok 1 2 1 2 3 4 6 8 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 okay michi warum hast du kein eisen michi wie sieht es aus mit eisen haben unter der erde eingang graben ich glaube in der rüstung würdest du länger überleben ich glaube da wundere von eisen 1 2 3 4 1 2 3 kennst du das als schief mit zu viel eisen im blut hattest du das schon mach dich fein hatte ich schon was braucht man dafür ich bin so dumm und die haben unter der erde ich bin so dumm und die haben michi spaß weißt du was wirklich cool wäre wenn du eisen fahren würdest das haben deine zuschauer auch gestern im video gesagt in der letzten folge sie haben gar nichts gesagt wie sollen sie auch was sagen im chat haben die alle geschrieben michi sollte mal ganz schnell fahren gehen sonst hat am ende nichts naja das versucht das sieht so hässlich aus das sieht so normal hässlich aus mein gott das ist so hässlich und er ist ja nicht wusste wie er seine abwand machen sollte sein internet ausgemacht es ist so hässlich geworden michi michi ärgere ich dich gerade ich wollte ich will ich dir einfach ich mache ja nur spaß nicht dass du sauer bist auf mich das ist echt entschuldigung michi ich wusste nicht dass du angepisst sein kannst ich dachte du hast humor für ntg matchen lol michi was hab ich gefunden hab es ist silber und ich weiß das hättest du auch gerne silber ne nicht silber aber es ist eisen ah meinte ich doch eisen aber was finde ich kohle 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 ich sehe schon sein thumbnail eisen 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 einfach nur so ein eisendings da 1 2 3 6 wow hallo ku ich hab nur noch 14 level ich hatte 22 alles was ich verzaubert habe das sieht so aus das ist nicht gerade das fuckt mich so immer mal ab ich hab einen grund gleich zu dir zu kommen raffi und zwar wenn die kür ein bisschen vermehren und dann ein bisschen na mich bliehen an dein leder michi wo ist deine gute laune hin hallo und herzlich willkommen bei äh michi ntg ich wollte dich echt nicht ärgern ich meinte das wirklich nicht böse ich wollte nur Spaß machen ich wollte echt nur Spaß machen warum bist du so leise auf einmal hier weiß ich auch nicht ich hab hier so eisenketten ich glaub man ist eisen ich glaub ich hier hast du auch schon mal eisenketten gecraftet ne brauchst du eisen für ach was ich hab gerade all meine kür die ich habe noch gefert jawohl es ist gut also ich hatte 26 weizen jetzt habe ich nur noch 40 und ich hab zwei eier nein oh mein gott okay raffi wir wissen dass ein mensch ist ein mensch ist ein mensch ist ein mensch ist ge ein mensch ist wesen zwei eier hat wenn nicht besser ein bisschen wirt weißt was weird ist dass du keine eisen hast ich mach mich gerade selber bei mir unbeliebt nicht bei mir bei niemanden anderen wir sind schon wieder seit 30 minuten in minecraft also mir sind 28 minuten ja scheiß mal auf diese zwei minuten tust du es wäre das schlimm mir fehlen nur noch zwei wände die zu stein werden müssen dann hab ich alle dann frag doch medusa ha 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 der war richtig scheiße da sind doch ein lacher wer so schlecht wie der war aber die hat man verstanden oder hast du ihn verstanden ich ja nein ich meine ähm michi wegen medusa und stein mit drei stein kannst du stein spitzhacke machen ja das war witzig du bist besonders ja besonders laufen witzig raffi was ist denn los mit mir das klingt als wärst du abgefragt du hörst dich an wie raffi manchmal wenn da komisch drauf ist wenn ich schlechte laune habe kannst du auch so sagen nein komisch drauf ich kenne warum wachsen bei niklas bäume weil er die noch nicht abgebaut hat nein ich meine in sein grundstück was mache ich eigentlich bei niklas im grundstück da wurde ich da gar nicht hin wo wolltest du denn hin ins in die höhle mit solch begeistert in die helle nein in die höhle mining betreiben warum machst du und wann fängst aber warum machst du nicht strip mining warum benutzt du nicht x-ray nein du benutzt kein x-ray es tut mir leid ok hätte ich x-ray hätte ich diamonds vielleicht hat er alle in der versteckten truhe bestimmt hat er sich schon zwei stacks in der truhe versteckt ja bestimmt habe ich auch zwei stacks maragde liegen ja ich habe auch eine höhle gesehen meine eisenschaufel ist kaputt gegangen wegen jeder spaß wo ist mein eisen hin ach ja das ist jetzt nicht wegen der sache dass du kein eisen hast sondern ich habe es nicht echt gefahren wieso wieso nicht zugehört nein spaß 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 ich weiß ich finde dass sich das handphone bei mir anhört wie ähm parabol mikrofon wie ein was parabol mikrofon das ist ja dann kannst du geisterstimme aufnehmen so ein mikrofon gibt es tatsächlich auch in real life kannst du kaufen 1699 über amazon ich weiß was du meinst aber den namen davon wusste ich nicht ich habe tatsächlich eine echte geisterbox also also ergeblich echte da müssen wir sie ausprobieren da gibt es ein youtube video ja 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 genau da will direkt der reich war scheiß gelächter gegriffen in ordnung ist machen höhle von der nähe ausrufen warum eigentlich bei mir habe ich bei dir bei mir bei mir in der scheiß höhle ist wenn ich schon den namen von dieser höhe oder eine erwähnung von dieser höhle macht es nicht aggressiv weil es eine scheiß verfickte höhle ist warum warum sind hier zwei steinblöcke weg wie dumm bin ich warum habe ich die weg gemacht ich habe da eine tür hast du das schon mal gesagt aber ich weiß bei wem das mal passiert ist ich glaube dann war es genauso laut bei mir ist das mal passiert auch mal passiert aber das haus war konnte man echt mit einem nur jetzt nicht du arschloch hey nicht persönlich werden ja nicht ihr kommt direkt in die scheiß warte der gleich gebums ja oder was wird gebums warum bist du gebums mit scheiß monster und wissen dass ich keine scheiß waffe habe okay eigentlich lief es gar nicht dann hol dir eine waffe wer will doch gerade in die höhle laufen ich bin nicht im common mode oder im ntg mode ntg ntg mod 5 schlafen ja das connect ist da ich muss warten bis ist tag ja ich baue jetzt mehr weizen an wo ist meine habe ich dir geklaut dass du nicht hingefuckt hast nein spaß ich weiß nicht wo es geht ah da steinhacke seit wann habe ich mein spiel auf deutsch google doch was soll ich googeln warum mein spiel auf deutsch ist oder was du hast nicht jetzt einfach eisen übersehen in dieser höhle wo er schon drinnen da sind schon fackeln anstatt dass du bei dir eine andere höhle siehst äh äh die höhle gehört nicht niklas mein freund ja ich geh nicht in die scheiß hülle rein wo ich schon da eine andere wie zu groß er will einfach nur in meiner nähe sein ja und einfach nur ganz hin zu diesem eisenfarm ach echt jetzt ist aufgefallen wer hat dich verletzt wer hat dich abgewiesen ich habe keine weizen mehr soll ich dich vielleicht vorbeibringen wenn ich vorbeikomme zu dir ich baue jetzt gerade alles nur für die schweine äh schweine kühe an und für dich weil du leder brauchst und ja ja ich glaube trotzdem alles bereichen erstmal aber nein auch für mich essen hier werden lieber niklas schon drin ja mit überall fackeln warte ich weiß nicht ich hoffe mal dass alles hier trocken gibt warte wasser trifft zwei oder drei blöcke drei blöcke ok ok oh nein ich mach was anders hahaha ich bin schlau herr war ich nicht angegriffen wo kommst du jetzt du bastard woher ich herkomme hm hässlicher bastard warum bist du ein anderman soll ich nicht für dich besiegen hä nein soll ich dann selber guck mal wie dieser scheiß bastard auf mich schon hinterher läuft komm ab wie du denkst er kriegt mich hast ein bastard oh du kleiner lotcher ja denkst du wohl ne hahaha geh zu deiner mami zurück dann geb ich ihn wieder hoch jetzt mal wirklich ich muss die frage ich auch mal stellen wer hat dich verletzt niemand vergast vergast scheiße nein was hä er wurde vergast irgendwann seh fick ich ihn sofort weg ich schwöre so ein kleiner hässlicher bastard wie kann man nur so ein Mistgebot auf die Welt bringen das ist meist ruhig wo ich am meisten fluche mein gott meine steinhackel ist kaputt gegangen ich habe eine andere Idee mein gott ich bin so schlau ich habe eine andere Idee mein gott ich bin so schlau